Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich Gerade mal 17 aktive Weltcup-Eiskanäle gibt es weltweit. Allein vier davon in Deutschland. Ein wichtiger Grund, warum sich hierzulande gleich 69 Schlittensportler Olympiasieger nennen dürfen. Es gibt viele Unterschiede zwischen einer Fahrt im Bob, auf einem Rodel oder einem Skeleton. Aber die Faszination ist bei allen Sportarten ähnlich. Wenn man da mit zwei Zentimetern mit dem Kopf über dem Eis da mit 140 kmh da in den Eiskanal runterfährt, das ist schon eine Sache, die will man nicht missen. Wenn so ein Zweier und vor allen Dingen ein Viererbob mit 120 kmh in Schräglage an einem vorbeidonnern, das ist gewaltig. Das Streben nach einem perfekten Lauf. Das macht es zu einem Gefühl wie Achterbahnfahren mit selber lenken. Irgendwo brauche ich oder wir alle das Adrenalin und das hat schon ein gewisses Suchpotenzial. Bei den Olympischen Spielen in Sochi sorgten vor allem die Rodler für Furore. Vier Goldmedaillen in vier Wettbewerben. Durch Nathalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Wendel und Tobias Ahlt. Unvergessliche Momente im Deutschen Haus für Deutschlands Rodelite. In Oberhof treffen wir die Vier. Als Trainingsgruppe Sonnenschein wurden sie durch Olympia bekannt. Gute Freunde auch außerhalb der Eisrinne. Bei den ersten Weltcups der nacholympischen Saison lief es nur bei Nathalie Geisenberger ganz nach Wunsch. Die anderen mussten sich auch mal mit zweiten und dritten Plätzen zufrieden geben. Gibt es eine kleine Krise in der Trainingsgruppe Sonnenschein? Ja, könnte man ja fast so sagen. Nein, ich denke mal, wir alle vier wissen, wo wir hinwollen. Das heißt, bei der Weltmeisterschaft topfit zu sein, da dann ganz oben zu stehen. Ja gut, wir sind auch Menschen, keine Maschinen. Und ich denke, da wird auch nur deutlich, dass wir eben auch hart dafür kämpfen müssen. Und was wir da in Sochi an Ergebnissen eingefahren haben, das ist sicher schwer zu wiederholen. Da hat einfach wirklich alles gepasst. Wir testen viel jetzt in der ersten Hälfte von den Weltcups. Aber der Schlitten läuft immer besser und jetzt kann die zweite Saisonhälfte kommen. Man muss natürlich in die Zukunft schauen. Die Weltmeisterschaft in Sigulda steht dieses Jahr an. Und ja, da wollen wir auch zu viert angreifen in der Staffel und schauen wir mal, wie es da läuft. Wir sind an der Rodelbahn in Oberhof. Es ist windig und ungemütlich. Aber natürlich wird trotzdem trainiert vor den deutschen Meisterschaften. Mittlerweile dominieren die vier den Weltcup wieder. Felix Loch bei den Herren und Nathalie Geisenberger bei den Damen. Sie liegt im Weltcup klar vorne. Auch Tobias Wendel und Tobias Aert haben ihre Spur wiedergefunden. Sie alle sind Favoriten bei der WM in Sigulda. Im Zielbereich wartet einer auf uns, der selbst dreimal Olympiasieger wurde. Georg Hackl, die deutsche Rodellegende. Wenn er über Sochi erzählt, könnte man fast meinen, er wäre selbst in der Eisrinne unterwegs gewesen. Das war natürlich atemberaubend, wenn man über mehrere Jahre junge, heranwachsende Sportler betreut und irgendwo mit ihnen gemeinsam auf einen olympischen Höhepunkt zusteuert. Und diese Sportler dann jeder für sich in seiner Einzeldisziplin, aber dann auch gemeinsam als Mannschaft in der Teamstaffel jeweils Goldmedaillen gewinnen. Das ist was Großartiges. Auf unsere Frage, was die vier denn auszeichne, möchte Hackl keine Einzelanalyse abgeben. Auch das geschieht im Team. Was sie ausmacht, das ist jeder für sich sein individuelles sportliches Können. Jeder für sich das Bestreben, wirklich das Optimum aus sich herauszuholen. Die Liebe zum Detail. Bei dieser Gruppe, die sind gemeinsam groß geworden. Ich kenne sie ja noch selbst als Athlet, als sie als Jugendliche, als Kinder trainiert haben miteinander. Und sie verbindet eine Freundschaft miteinander und eine unvergleichliche Teamfähigkeit. Betreut werden sie alle von Bundestrainer Norbert Loch, Vater von Felix. Die Schlitten werden von Techniktrainer Hackl bereitgestellt. Es kann der beste Fahrer keinen Blumentopf gewinnen, wenn er nur eine Plastiktüte unterm Hintern hat. Und genauso ist es umgekehrt. Der schnellste Schlitten macht einen mittelmäßigen Fahrer nicht besser. Aber natürlich ist das große Know-how von Tüftler Hackl ein nicht ganz unbedeutendes Puzzleteil im Gesamtbild der deutschen Dominanz. Was ist denn das Geheimnis? Das würde auch niemand verstehen. Das hätte gar keinen Sinn. Naja, probieren wir es doch einfach mal. In erster Linie handelt es sich um die feine Geometrie, die feine Formgebung der Stahlkurven. Das ist ein Teil, der wirklich auf dem Eis dahin gleitet. Und da kommt es ganz minimal auf Feinheiten drauf an, wie das geschliffen ist, wie die Winkel zum Eis stehen, wie die Kanten abgerundet oder angeschärft sind. Die Kufen sind es also beim Rodeln, auf die alles ankommt. Aber wie genau sie bei den Deutschen so schnell gemacht werden, das bleibt natürlich ein Geheimnis. Wir sind nach Winterberg weitergezogen, haben dort einen Termin mit Marion Thees, viermal Weltmeisterin im Skeleton. Im September erst hat sie ihre erfolgreiche Karriere beendet, arbeitet jetzt im deutschen Trainerteam der Skeletonis. Sie zeigt uns an der Bahn, wie wichtig das Beobachten der richtigen Kurvenlage ist. Ich muss jetzt im Prinzip dann wahrnehmen, wenn sie kommen, haben sie sich jetzt auf der Linie richtig in der richtigen Höhe befunden oder waren sie zu flach oder solche Sachen. Fahrten auf der Bahn in Winterberg sind in dieser Saison besonders wichtig, da hier im Februar und März die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften stattfinden. Was gilt es bei einer Fahrt auf einem Skeleton zu beachten? Marion Thees erklärt es uns. Ja, also prinzipiell ist unser Schlitten vom Schwerpunkt ein bisschen tiefer. Also wenn man jetzt hier seitlich schaut, ist nicht ganz so hoch. Wir haben keine so eine komplette Verkleidung, wo wir drinnen liegen. Die Verkleidung ist nur unterm Schlitten. Dafür haben wir so eine Liegewanne. Die Kufen sind im Prinzip komplett rund. Bei einem Rodelschlitten ist eine richtige Kante drinnen. Wenn man jetzt oben drauf guckt, ist ja eigentlich gar nicht so viel dran. Wie läuft das denn ab am Start? Also am Start ist es im Prinzip so, wenn der Schlitten in der Spur steht, kann man hier an der Liegewanne festhalten und dann im Prinzip anschieben. Genau, und dann muss man sehen, dass die Hand im Prinzip hier rüberkommt und die andere hier zugreift. Was ist dann beim Sprung auf das Gerät zu beachten? Das ist eigentlich wie beim Köpfer, ein bisschen so nach vorne weg. Wie im Schwimmbad? Genau, also wenn man mit den Knien zuerst drauf landet, kann es auch ein bisschen wehtun. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das ist, wenn man dann drauf liegt, wenn die Fahrt quasi losgeht. Genau. Also man liegt hier im Prinzip in der Liegewanne drinnen. Die Schultern so vorne fast an der Kante vom Schlitten. Die Hände sind unter der Liegewanne, also so seitlich dran. Hier hält man sich fest. Und man kann im Prinzip den Schlitten steuern durch Gewichtsverlagerung. Dann kann man mit der Schulter drauf drücken. Die nächste Variante ist mit dem Knie. Ich mache es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Mit dem Knie im Prinzip den Schlitten steuern. Und wenn man ein großes Manöver machen muss, kann man den Fuß setzen. Das ist so die Position, wie man den Kopf halten sollte. Da kann man schon auch mit den Augen noch ein bisschen nach vorne gucken. Das sieht man ein paar Meter nicht ganz so weit wie beim Rodeln. Und wenn man jetzt den Kopf ein bisschen höher nimmt, steht er natürlich mehr im Wind, bietet dem Wind mehr Angriffsfläche und das bremst im Prinzip auch. Sophia Griebel, 24 Jahre alt und Anja Huber-Seelbach, 31, gehören zu den besten deutschen Skeletonis. Olympisch ist die Sportart für Damen erst seit 2002. Eine deutsche Olympiasiegerin gab es noch nicht. Anja Huber-Seelbach gewann 2010 in Vancouver Bronze. Ein Skeleton ist aufgrund der runden Kufen schwieriger zu lenken als ein Rodel. Daher gibt es größere Schwankungen bei den Zeitabständen. Unser erstes Treffen mit Sophia Griebel und Anja Huber-Seelbach findet nicht am Eiskanal statt, sondern in Winterberg vor der Turnhalle. Athletiktraining ist angesagt. Ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Komponente, weil, wie man sieht, haben wir dieses Jahr, legen wir sehr viel Wert auf den Start. Und da muss man natürlich auch athletisch, sprinttechnisch und auch krafttechnisch schon sehr fit sein. Das ist für uns zum einen die große Chance, am Start oben schnell zu sein und schnell zu werden und damit die nötigen Hundertstel Vorsprung zu haben. Und zum anderen ist ja auch Skelettenfahren nicht einfach, ich lege mich mal drauf und fahre runter. Also da wirken Fliehkräfte, da sind 3 bis 4 G, teilweise 5 bis 6 G, die da auf dem Körper wirken. Und wenn du da körperlich nicht fit bist, dann stehst du das gar nicht durch, hast gar keine Chance. Raimund Bethke ist der Heimtrainer von Anja Huber-Seelbach. Er war lange Bob- und Skeleton-Bundestrainer. 59 Goldmedaillen gab es unter ihm bei Großereignissen. Ich denke mal, sie ist eine der Athletinnen, die also, oder wo man als Trainer auch überhaupt keine Sorgen hat in irgendeiner Richtung, was Trainingseinstellung und was Trainingsbereitschaft betrifft. Anja Huber-Seelbach hat letztes Jahr geheiratet und sich entschieden, mit dem Skelettenfahren nach dieser Saison aufzuhören. Also Wehmut ist da im Moment keiner dabei. Also ich habe die Entscheidung, ich bin dankbar dafür, dass ich die Entscheidung selber treffen darf, wann ich gehe und sie nicht für mich getroffen wird. Das wird schon schwer, wenn man dann nicht mehr früh nach Berchtesgaden fährt zum Training oder wenn man dann auch nicht mehr so das verfolgt, wer sie nicht mehr dabei ist. Aber das ist dann, das ist so. Und gleich bei Vision Gold, Sophia Griebel und Anja Huber-Seelbach erzählen uns, wie sehr sie gegenseitig voneinander profitieren. Und auch die deutschen Bob-Fahrer haben wir in Winterberg besucht. Francesco Friedrich ist der jüngste Zweier-Bob-Weltmeister aller Zeiten. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Im ersten Teil von Vision Gold haben wir die erfolgreichen deutschen Rodler beim Training in Oberhof beobachtet. Georg Hackl hat uns kleine Einblicke in die Wissenschaft der Kufenbearbeitung gewährt. Und wir haben die Skeletonis Sophia Griebel und Anja Huber-Seelbach kennengelernt. Die beiden teilen sich oft ein Zimmer im Weltcup-Zirkus, verstehen sich gut, liegen auf einer Wellenlänge. Sophia, was ist denn das Besondere an Anja? Ihr kennt euch jetzt. La, 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 la. Anja ist eigentlich sehr professionell. Sie hat, wie gesagt, die Jahre, die sie gefahren ist. Ich meine, seit 2003 bist du jetzt dabei oder auch im Weltcup tätig. Das sind elf Jahre. Das ist schon, man merkt es einfach an, dass sie vieles gelassener ist, als wir Jungen. Jetzt ist Anja dran. Und kann ein bisschen sagen, was Sophia auszeichnet. Also Sophia ist brutal schildschreibig in dem, was sie machen will. Du merkst, dass sie viele Sachen sich anschaut, gut antizipiert und dann versucht umzusetzen und immer wieder das, was sie brauchen kann, für sich zu nutzen. Also die kann schon ausschalten, das ist zwar okay, aber das kann ich nicht brauchen und das kann ich aber nutzen. Und das macht sie extrem gut. Im letzten Jahr bei der EM am Königssee gewannen die beiden zeitgleich Bronze. Anja Huber-Seelbachs große Erfolge spornen die Jüngere an. Ich würde schon sagen, dass ich das auch alles mal erreichen will. Und da hat man schon den Reiz, wenn man mit Anja auf dem Zimmer ist, das auch alles irgendwann mal zu erreichen oder auch so professionell zu werden. Erzählt sie viel davon oder müssen sie fragen dann, wenn sie Geschichte hören wollen? Sie erzählt schon viel, aber man muss auch vielleicht manches erfragen. Ja, ja. Wir unterhalten uns da ja drüber. Es ist ja nicht so, dass ich mit jeglichem hinterm Berg halte, was ich mal erreicht habe oder was ich mir an Erfahrung angeeignet habe. Also klar, wenn man so lange mal nur selber fährt, es gibt bestimmte Dinge, die habe ich ihr auch gesagt, die sage ich ihr dann, wenn ich aufgehört habe. Große Geheimnisse. Naja, große nicht, aber du musst dir ja ein bisschen was an der Rückhand halten. Ich meine, dafür startet sie zu schnell, dass ich ihr alles sagen kann, was ich so in der Hinterhand habe. Bald wird Anja Huber-Seelbach ihre Geheimnisse teilen, wenn sie nach ihrer Karriere für den Schlittenverband arbeitet. Bevor es mit den Bob-Fahrern weitergeht, kurz die Nachrichten. Wahl zum Sportler des Jahres im Kurhaus in Baden-Baden. Diskus-Europameister Robert Harting setzt sich bei den Herren durch. Ski-Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch bei den Damen und das Fußball-Nationalteam nicht überraschend bei den Mannschaften. Der festliche Anlass auch ein guter Zeitpunkt, um sich für olympische Spiele 2024 in Deutschland einzusetzen. Also ich finde es total toll, weil letzten Endes der Leistungssport unter die Räder gekommen in den letzten Jahren und es klärte gut, da mal wieder ein bisschen Lobby zu machen. Elite-Schüler des Sports 2014 ist Andreas Wellinger, Skisprung-Olympiasieger mit der Mannschaft. Vor Wassersprung-Europameisterin Tina Punzel und der Junioren-Weltmeisterin im Triathlon Laura Lindemann. Mit dieser Ehrung werden die sportlichen und schulischen Leistungen der jungen Athleten gewürdigt. Wir sind auf der Bobbahn in Winterberg im Hochsauerland. Hier treffen wir den jüngsten Zweier-Bob-Weltmeister aller Zeiten, Francesco Friedrich. Er gewann den Titel 2013 in St. Moritz mit gerade einmal 22 Jahren. Für einen Bobfahrer ein geradezu jugendliches Alter. Ich bin so im Alter zwischen 15 und 16 zum Bob-Sport gekommen, weil mein Bruder ursprünglich vor mir angefangen hat. Das sind so alles immer so kleine Zufälle. Nichts Ungewöhnliches, dass Francesco Friedrich erst mit 15 zum Bob-Sport gekommen ist. Quereinsteiger sind bei dieser Sportart normal. Die einen kommen vom Rodeln und kennen sich auf der Bahn ein bisschen besser aus. Ich komme unter Leichtathletik, kenne mich vielleicht mit dem Start, sage ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen besser aus. Seine Athletik ist ein großer Vorteil, weil die ersten Sekunden im Bobfahren so wichtig sind. Er kann besonders gut starten und das ist eigentlich die halbe Miete. Bei ihm ist er im Start ganz weit vorne, hatte sogar Startbestzeiten im Zweier. Mit der Vierermannschaft ist er auch vorne dran. Und dann hat man eigentlich schon die nötige Lockerheit, um den Bob nach unten zu steuern. Francesco Friedrich steuert den Zweier- und den Vierer-Bob gekonnt nach unten. Der Unterschied für ihn, vergleichbar mit einem Sportwagen und einem Lkw. Bobfahren ist immer so ein Gesamtkunstwerk, sage ich, und es sind viele Bausteine wichtig, um im Endeffekt dahin zu kommen, wo man hin will. Man muss am Start gut sein, man muss das Material abstimmen können, man muss die Bahn lesen können, man muss die Bahn fahren können. Man muss sich mit seinem Team zusammenfuchsen. Es ist ganz wichtig, dass das Team immer hinter einem steht. Dazu gehören die Anschieber, die in einer Saison auch mal wechseln. Oft sind es diese Herren, die ihn natürlich besonders gut kennen. Der Franz, ja, das ist ein ganz spezieller Typ. Nein, das ist wirklich ein lustiger, umgänglicher Pilot. Das ist ein angenehmer Typ, ein lustiger Typ. Ja, ich denke, einer der angenehmsten Piloten, die wir so haben. Und es macht auf jeden Fall immer viel Spaß mit ihm. Menschlich gesehen ist er ein ganz ruhiger Typ, der alle Sachen mit Bedacht macht und immer seinen Plan im Hinterkopf hat. Daher würde er auch an der Bahn so gut sein, weil er im Sport einfach ehrgeizig ist, immer gewinnen will. Gewinnen will er immer. Umso mehr schmerzten die Olympischen Spiele in Sochi, als die deutschen Bobs nur hinterher fuhren. Eigentlich ist Olympia als Bobfahrer immer für die Deutschen, dass man da schon mit einer Medaille nach Hause fahren muss, sollte. Die Erwartungshaltung war hoch. Die Ausbeute in Sochi im Diskutabel. Francesco Friedrich wurde Achter im Zweier und Zehnter im Viererbop. Man sagt das immer so, aber der Hauptgrund lag am Material. Wir waren einfach nicht konkurrenzfähig und das bringt ein paar Dinge mit sich. Es staut sich halt dann auch alles auf. Man ist dann nicht mehr so locker, dann läuft es am Start nicht mehr, dann fährt man nicht mehr so rund die Bahn runter. Das Material, früher eine Domäne der Deutschen im Bobsport, passte ausgerechnet bei Olympia nicht. Man muss sagen, in den letzten Jahren haben die anderen Nationen einfach wahnsinnig aufgeholt. Die sind sehr professionell geworden, da sind große Unternehmen, stehen dahinter. Mittlerweile läuft es wieder viel besser für Francesco Friedrich. Er fährt im Weltkamp wieder ganz vorne mit. Uns interessiert der Aufbau eines Bobs und wie er funktioniert. Der Zweier-Bob-Weltmeister erklärt es uns. Also da gehört schon ganz schön viel dazu. Also erstmal natürlich die Außenhaut, die mit einem Rahmen verbunden ist. Und dann im Rahmen sind natürlich unten dann über wieder andere Konstruktionen die Kufen angeschraubt. Hier sieht man mal so eine Kufe. Da sieht man, dass die Kufe hier so in der Richtung einen Radius hat und auch in der Richtung. Die Kufe ist also nicht spitz oder scharf, sondern die ist rund und dass sich der Bob nicht so richtig ins Eis reinfrisst, sondern dass er über das Eis gleitet, so eine leichte Schicht, sag ich mal, erzeugt, auf der der Bob dann die Bahn runter gleitet. Der Einstieg ist eines der wichtigsten Elemente beim Bobsport. Also ich spring rein, schiebe die Füße an der Lenkung links und rechts vorbei, habe vorne so eine kleinen Fußpedalen, sag ich jetzt mal, die aber wirklich nur dazu sind, um den Fuß abzustützen. Setze mich hier mit dem Hintern rein und versuche mich natürlich auch so klein wie möglich zu machen, dass ich so wenig wie möglich im Wind stehe und lenke dann halt den Bob nach unten. Hört sich einfach an. Aber wie genau wird denn gelenkt? Also wenn man hier an dem Griff nach links zieht, dann bewegt sich die Vorderkufe nach links und wenn man nach rechts zieht, bewegt sich die Vorderkufe nach rechts. Allerdings könnte man sich nicht vorstellen, dass man wie beim Auto so einen riesengroßen Lenkeinschlag hat, sondern der Lenkweg ist maximal um 11, 12 Grad bewegt sich die Kufe. Hier ist der Bremsgriff. Wenn man hier dran zieht, kommt unten wie so ein Rechen raus, der dann aber erst im Ziel benutzt wird, weil wenn man während der Fahrt bremst, macht das natürlich langsamer. Bobfahren ist ein Teamsport. Am Start sind alle beteiligt. Und dann? Was macht denn eigentlich ein Anschieber während der Fahrt? Wir sagen dazu, wir machen Rhythmus. Das muss man sich so vorstellen wie beim Motorradfahren. Das ist jetzt so wahrscheinlich am einfachsten erklärt, dass man sich einfach so ein bisschen mit in die Kurven reinlegt, so ein bisschen mit am Rahmen zieht, dass einfach der Bob sich besser in die Kurven anschmiegt. Und somit versucht man halt so das ein oder andere Hundertstel noch mit rauszuholen. Francesco Friedrichs großes Ziel in diesem Jahr, seinen Zweierbob-Weltmeistertitel bei der WM in Winterberg zu verteidigen. Unsere letzte Station. Wir sind in Berchtesgaden im Hotel Edelweiß. Hier findet seit fünf Jahren die Speed-on-Eis-Party statt. Eine Feier für Beteiligte und Freunde des Schlittensports anlässlich des Weltcups am Königssee. Skeletoni Sophia Griebel haben wir hier auch wieder getroffen. Und Anja Huber-Seelbach, die mit Platz zwei aufhorchen ließ. Das war super. War eine lange Durststrecke, bis es mal wieder geklappt hat. Man konnte jetzt auch nicht davon ausgehen, dass es jedes Mal so funktioniert. Aber ich bin mal wieder zurück im Geschehen und habe mir die Jungen gezeigt, dass man mit den Alten immer noch rechnen muss. Von dem her war es, glaube ich, für mich für das letzte Rennen hier am Königssee das größte Geschenk, was ich mir überhaupt machen konnte. Und auch er ist da. Christoph Langen, der Bob-Bundestrainer. Er war selbst zweimal Olympiasieger. Auf Sochi angesprochen, antwortet er so emotional, wie man ihn kennt. Ich sitze eigentlich in dem Bob drin und da kann ich nicht aus. Und ich merke dann auf einmal, auch wenn die gut fahren bei den Olympienspielen und so, und auf einmal kommt die Zwischenzeit und denkt man, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein irgendwie. Und es war für mich ganz, ganz schlimm, auch so innerlich für mich, dass wir es einfach nicht geschafft haben, richtig konkurrenzfähig zu sein. Mittlerweile sind die deutschen Bobs wieder ganz vorne dabei. Da, wo sie schon so oft waren und wo sie eigentlich auch hingehören. Und wenn sie nicht am nächsten Tag noch einen Weltcup gehabt hätten, wären bestimmt auch die Bobfahrer noch etwas länger zum Feiern geblieben. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich Titzel